So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready or not. Mit mir, dem Crusader, dem Zoom und dem Cookie Gelato. Wir spielen heute das Post Office und versuchen das Non-Lethal. Das heißt, wir dürfen auf keinen Fall irgendwelche tödlichen Waffen dabei einsetzen. Und ja, mal gucken, wie das Ganze so läuft. Die Pfeffergun ist gar nicht mal so geil, weil die halt in 80% der Fälle echt nicht aufgeben wollen. Wenn du die Beanbag einmal draufschießt und drückst F, dann geben die direkt auf. Ja, der einzige Vorteil ist Reichweite und du könntest beenden. Beanbag geschafft, die komplette Reichweite. Schuhe? Ja. Schafft jede Reichweite Beanbag. Rechts ist zu, ich lass rechts zu. Ich hab allerdings mal was reingeschmissen. Ja, die hitten hier gut, die KIs. Ja, ja, die schießen dann natürlich die ganzen Verwinkelungen durch. Das ist so gut, wenn wir erst noch gar nicht. Hey, warte! Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr! Hände auf! 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 Nach rechts müsst ihr irgendwo sagen, glaube ich. Oder nicht. Wenn du nur eine Kugel zu viel geschossen hast. Der hat bei Double Beanback nicht aufgegeben. War das bald? Schau. Glück gehabt. Meine Hände übel zerhackt. Aber meine Hinterntasche, die ist noch nicht bestätigt. Zung, wo bist du eigentlich die ganze Zeit hin? Draußen? Ja, zwei Leute insgesamt. Auf 9 Uhr ist er quasi einfach momentan. Jetzt kann ich nicht viel einsehen. Was macht er seine Leute schon? Das hier ist echt möglichst unübersichtlich gestaltet. Ja, die ist schon extrem gut. Im Lagerhals ist das Hauptproblem. Nein, der macht jetzt, oder? Ja. Ja. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich war das keine... Oh, wir müssen die mal herrufen. Ja, ich hab den schon hergerufen. Den anderen auch, wie macht man das? Zwei. 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 Ja, jetzt kommt er. Jungen, jetzt sind die langsam. Bleib runter und schau dir die Hand auf. Elemental Dock. Collecting. Du hast keine Scheiße, Bitch. Oh, der Suspekt ist sicher. Halt auf den Knochen. Die Schlüssel sind hinten. Die Schlüssel sind unten. Hoffentlich sind sie nicht los. Das ist hier. Die Schlüssel sind unten. Beisen. Der Schoss von unten Das aufgeben, ich brück haften Nein, hinter mir Das hat keiner angerichtet Der ist leicht links Aber wo genauer kann ich nicht sagen Gut, Rett Oh, wenn die Zonen schwarz sind Ist das nicht gut Ich wollte einen zu mir Habe ich ihn fest Ah, hinten rennt wieder weg Hinten links Ah, der hier vorne ist irgendwie bugged oder sowas Der steht schon wieder Ah, hinten rennt wieder weg Der steht schon wieder Ah, hinten rennt dann Ah, wir haben einen Fluss-Deck in unserer Kustody Drop die Wepon und deine Hände auf deine Hände, move Top reporting Copy any game Nummer 9,4 Nachdoll Auf jede Menge Auf jeden Fall Fah Das ist hoch Das ist hoch Das ist hoch Der baut Ja Verstehen Oh shit Ja wir machen das gleich Ich bin der Hände aber macht's weg fertig Ist wahrscheinlich auch gleich, ich hab nicht mehr viel Put your hands up! Belektentalk. Talk reporting. Belektentalk. Los Angeles, Put your hands up. Police, Get down. Drop the weapons and get down on your knees. Hands up, down on your knees. Head down, now. Down on the ground, now. Get down on the ground, now. Police, don't move. Police, don't fucking block the weapons. Wir haben hier rechts noch wenigstens zwei Suspects. Ja, da müssen noch welche ready sein. Ich habe hier einen Hussfeld. Das ist die Garde, die Husten. Hier ist noch ne Tür rechts. Ja, ich guck hier noch dazwischen. Hier ist noch alles. Hinter dem Übergang hier ist einer. Hier hinten ist einer schon gesichert, hier drunter glaube ich. Weiß nicht genau. Muss ich mir mal ganz kurz ansehen den Typen. Ja, ne oder? Doch, doch, der ist gesichert, der ist gesichert, ja gut. Das ist wahrscheinlich die Tür auf der rechten Seite. Okay, ich hab keine Nades mehr auf der Launcher, müsste leer sein. Ja. In meinem Launcher war noch was. Okay. Jawohl, ich mach auf. Ja, in den Außenbereich, okay. Das sind hier meistens drin. Kannst auch machen. Jawohl. Das ist der Film. Ja, ich habe den Film. Ja, ich weiß, was ich nicht mehr so oft. Das ist das. Das ist das. Das ist die Tür. Ich habe den Film. Ich habe das. Die Tür. Okay, uns fehlen noch Zivilisten und TV's. Hat der oben schon jemand gesichert? Nö, also ich bin nicht dumm. Aber meine Leiche hat sich gesichert, oder? Ja, aber dann hab ich reportet. Dann würde ich sagen, geh mal nochmal hoch. Ich weiß gar nicht, was das hier oben ist, also ich weiß gar nicht, wo das ist. Dann zeig's dir. Wir müssen nur aufpassen, dass der jetzt zum Runner geworden ist und gleich hinter uns steht. Ja, aber wenn's schwarz ist am Körper, dann ist das gar nicht gut. Ich dachte, das wäre noch so, ja, dann ist gut. Ja, das ist dann schon kritisch. Ja, okay. Ich frag mich wohl, wieviel schwarz ich werden kann. Also, wie dunkel das Ganze da links werden kann. Arme rot, Arschtasche rot. Schieß mal oben rein. Also der Raum geht nach links und rechts weg und dann jeweils nochmal 40 Grad Winkel. Und rechts ist auch einer. Ich geh auf links, gehst du auf rechts? Hm. huh? Ja, und da bist du weg, das benutzt denn. Haut sich nicht einfach so auf das Fäh Ich lounge Diet pumpkin, was das schwarz. Haha, fly listenin'. Sie sind jetzt nicht kommen, proceed mit Caution. Sieern relations? Bist du ein genausbw? Elina kimorell. Wir haben einen Sλεun schwarz in lege eş供 Bitily in der Tasche Radkatarverfurt. sehr schöner raum ja dann haben wir das gut gemacht dürfte eine richtig schöne S-Mission geworden sein wenn Koki nicht aus Versehen irgendwo einen zu viel weg gehauen hat ja ist eine S-Mission Zoom haben wir unterwegs verloren das ist aber unwichtig also Polizisten dürfen sterben das ist auch nichts schlimmes voll normal hier in diesem spiel warum auch immer hier oder wieder keine Sorge wenn euch das ganz gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da und vielleicht ein bisschen Liebe für irgendwas Katzen ja bis dann tschüss